Wenn ihr euch fragt, warum der Gute denn so verspult ist, ja bin ich auch. Ich habe nämlich jetzt Urlaub und bin auch schon seit heute Morgen unterwegs, ein paar Sachen erledigen. Es ist eigentlich immer so, man kann normalerweise immer besser arbeiten gehen, weil dann hat man einen geregelten Tagesablauf. Nicht so einen ungeregelten, wie ich jetzt wieder habe, so mit dann nachmittags auch nochmal wieder schön prokrastinieren. Sprich, also nachdem man dann das Bett neu bezogen hat, auch direkt nochmal eine Runde liegen gehen, weil man ja die Zeit dazu hat. Das kann man dann mal machen und schon waren wieder dreieinhalb Stunden um. Eigenurin, Gummibärchenblut, um mal ein bisschen wieder halbwegs mit dem Leben klar zu kommen. Ja, das große Problem, wir brauchen Stahl. Und da war ja schon mal wieder so nackig, ich weiß gar nicht, wir müssten mal gucken, ob dann in dem Rucksack noch was drin ist. Nein, der Rucksack ist auch leer. Ja, und wir haben ja zwei Rucksäcke, wenn mich nicht alles täuscht, wo ist denn mein weißer Rucksack? Wo habe ich den dann schon wieder hingeschwört? Da ist er. Hier fehlt noch ein halber Stack. Und dann haben wir das auch komplett. Ah, Urlaub hat er. Ja, in der Tat. Urlaub. Beziehungsweise Urlaub direkt kann man nicht sagen. Es handelt sich dabei um das Abfeiern von Überstunden. Also es ist keine Freizeit, die ich habe, sondern das ist Zeit, die ich bereits gearbeitet habe. Summiert auf eine Woche. Und deswegen brauche ich nicht arbeiten gehen. So, komm hier. Lustigen. Zack. Oh, noch einer. The Dark Heart. Blüm, blüm, blüm. Was ich mir jetzt ja nicht vorstellen kann, ist, dass wir hier noch großartig irgendwie weiterkommen, was das Finden von Gängen angeht, wo noch irgendwie... Wo ist er da oben? Sitzt er. Faden verloren. Nochmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Gegend hier, wo wir uns jetzt befinden und schon geraume Zeit rumrödeln, noch mehr Gänge sein sollen. Wo wir möglicherweise Kisten finden werden. Dann wären wir wohl oder übel mal unser... Oh, ein Ei. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür ich die Erde aufsparen wollte. Ich wollte das da noch zumachen. Oh, eine Schlange. Geh weg. Deja. Ne, Löwe. Löwenzahn. Wollte ich eigentlich meinen Flugring einstecken? Nein, natürlich nicht. Ich dämmlack. Ja. Habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Haben wir da oben eigentlich schon drin? Sieht mir nicht danach aus. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwie großartig irgendwas... Großartig was in die Richtung mit Stollen und Gänge finden werden. 720p streamen und 1080 aufnehmen. Ne, habe ich allerdings auch noch nicht probiert. Wäre eventuell auch nochmal eine Möglichkeit. Ich weiß ja nicht, wie sieht denn der Stream aus? Kann man sich das angucken? Oder ist das eine Bilderbuchveranstaltung? Lass wir ihn jetzt im Rumsch wieder wegpacken. Und dann nehmen wir den Flugring auch mit. Flugring. Batterie ist leer. Die machen wir mal voll. Sehr gut. Oh, das ist noch ein Erfahrungspupel. Wir werden nicht darum herumkommen... Mal einen neuen... Ja, Farming Ground. Farming Ground wäre übertrieben. Einen neuen Einstieg... In... Oh, guck mal hier. Oh, das ist noch ein Hundi. In den Berg zu finden hier. Aua. Hätten vielleicht noch ein paar Fackeln mitnehmen sollen. Boah, hier geht ja auch eine komische Party ab. Oh. Oh, Bernstein. Aua. Aua. Meine Fräse. Ob ich jetzt eigentlich die Knochen einstecken? Ich hoffe ja schon. Können wir ja versuchen, den Hundi mal... zu zähmen. Wo ist er hin? Ist weg. Oh, Hundi ist weg. Habe ich so... Bilderbuch nicht, aber man sieht es halt. Hast du das Twitch-Dashboard nicht auf? Da sieht man das doch. Ja, doch. Aber ich gucke ja nicht die ganze Zeit aufs Dashboard. So, mal gucken. Vielleicht... Ja, direkt mit einem Knochen. Wie schön. Dann kommen halt mit Junge. Wissen wir den irgendwie mal hier hinsetzen? Und da ist er. Zack, setze ich mal dahin. Bleibt da einfach erstmal sitzen. Hatte ich komischerweise Samstag aus. Eben CPU-Priorität was runtergestellt und war gut. Aber ich habe ja ein i5. Ja, du hast ein i5. Er knallt da nächsten Monat ein i7 rein. Ja, wer hat der kann, ne? Das ist halt so. Nicht die ganze Zeit drauf gucken, sondern nur zum Check. Es wird zwar noch dunkel. Ich frage mich auch gerade, an welcher Stelle wir denn hier... Ach, da hinten wahrscheinlich. Dann immer hier da ist... Da sind hier Solarpaneele. Und hier ist wahrscheinlich dieser... Bereich genau... Wo wir letztens schon immer rumgerannt sind und gesucht haben. Das wäre es natürlich interessant zu wissen. Ich meine nämlich... Dass wir uns hier so ein bisschen Richtung... Süden orientiert hatten. Und dass wir dann... Quasi... Mal gucken, wo wir hier hin... Ja, 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 ja. Wir waren nämlich hier irgendwo unterwegs. Und unterwegs... Hatten wir dann nämlich auch noch eine Stelle gefunden. Wo dann auch... Quasi... Zu sehen war, dass da noch mehr... Ja, Tunnel und Gänge waren. Wenn wir es denn jetzt wiederfinden. Das ist nämlich immer das Problem im Leben. Wie bei Google. Irgendwas finden ist meistens nicht so schwierig. Nur dann nachher den... Den Punkt, die Stelle... Den Fakt wiederfinden. Das kann man im Grunde vergessen. Tendenziell G0. Die Chancen. Ah, hallo Base Butter Golem. Hast du meinen schönen Kanal im TS wieder gelöscht? Habe ich gesehen. Ah, hier. Haha. Ich wusste es doch. Und da unten warten sogar noch Schienen auf uns. Oh. Ja, tschüss. Geht ihr mal da hin. Ich... Oh. Oh. Ich gehe lieber hier hin. Das ist auch noch überall Marmor. Meine Pläne nehmen ja auch immer konkretere Formen an. Ups. Wie es denn quasi nach diesem Survivalen hier weitergeht. Du hast gar nichts gelöscht. Hm. Merkwürdig. Ja, ich hatte auch keine besonderen Sicherheits... ...Geschichten da festgelegt. Vielleicht war ja jemand anders so feist und hat es gelöscht. Möchte ich nicht. Ausschließen. Vielleicht fühlte sich da jemand durch den Namen getriggert. Wer weiß. Ist ja heutzutage so. Muss sich ja durch alles getriggert fühlen. Morgens aufstehen. Ich kann nicht mehr. Ah. Guck an. Ein Stahlblock. Wie schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Eine Taumium Pick Axt. Brauchen wir nicht unbedingt ein weiterer Diamant. Der kommt immer gut. Ein bisschen Koks. Nie weg. Holzschwellen brauchen wir eigentlich nicht. Minenwagen. Wir werden mit Sicherheit noch den ein oder anderen Minenwagen brauchen. Denn ich habe ja diverse jetzt auch wieder zum Bau des Tunnelbohrapparates benötigt. Erde nicht weg tun. Da muss ich jetzt unbedingt mal dran denken. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür ich die noch haben wollte. Da geht es noch ein bisschen runter. Deswegen habe ich auch jetzt hier den zweiten Rucksack mal mitgenommen. Damit wir den ganzen Klumpatsch auch mal untergebracht bekommen. Wenn wir denn hier noch irgendwas interessantes finden sollten. Ah, Creeper. Aua. Ah, da flattert die Unterbuchse. Was soll das denn für ein Kanal gewesen sein? Äh, ich hatte ihn da unter Cyrus, ähm, wer ist halt denn da? Jedenfalls unter Cyrus hatte ich so einen Unterkanal gemacht. Prozis veganes Matchstübchen, glaube ich, habe ich, habe ich ihn genannt. Und als ich dann wiederkam, war er weg. Klimm. Es ist gar nicht so weit weg von unserer Basis hier. Vielleicht sollte man da die ganze Sache mal dahingehend hier so ein bisschen Richtung Süden ausbauen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Aber jetzt renne ich hier schon wieder außerhalb dieser Tunnels rum. Wir brauchen also mindestens jetzt noch, noch einen Block. Heißt sich das Ding hier, du ich, äh. Glaubst du? Aua. Aua. Das ist ja wie eine Einladung hier. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir irgendwo unglücklich runterfallen. Ja, es scheint doch etwas größer zu sein hier. Es ist etwas größer. Verlobe ich mir den Flugring. Die Tasche ist schon voll. Kann doch gar nicht sein. Machen wir das mal so. Das könnten wir dann nochmal rüberpacken. Den einen Diamanten. Da werden wir wahrscheinlich so instant nicht mehr so viele von finden. Genauso wie hier auch die Stahlschaufel, die Taumium-Pick-Axt. Was haben wir denn sonst noch? Hier Flitzebogen. Flitzebogen brauchen wir nicht. Die Minenkarre. Da können wir sicherlich noch die eine oder andere reinstecken. Aber, äh, brauchen wir erstmal nicht. Hast du den nicht als permanent eingestellt? Oder ist das in den Umständen nur temporär? Das möchte ich nicht ausschließen. Das könnte dann auch Schlamperei meinerseits gewesen sein, dass sich der Kanal dann automatisch exterminiert. So ein bisschen wie Rosinenpicken hier. Aber was soll's. Nehmen wir doch alles mit. Schon wieder so ein exorbitantes Kupfervorkommen. Edelsteine sind hier auch genug. Ah, da kann ich einfach nicht widerstehen. Au. Nichts vergeuden hier. So viele Edelsteine. Ich hab mir auch Gedanken dazu gemacht, was wir denn mit den ganzen blauen Edelsteinen anstellen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das wieder für Sachen sind. Oh, 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 oh. Gold. Gold werden wir auch noch eine Menge brauchen. Da haben wir auch bisher nicht so viel von gefunden. Hallo? Noch eine Kiste? Ich geh kaputt. Koks. Koks. Kohle. Kohle? Stahlbarren. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles, was wir brauchen. Okay. Wollen wir mal ein bisschen umschichten hier. Pflasterstein. Äh, äh, äh. Äh, äh. Aua. Äh. Puh. Standard ist halt nur Temp. Okay. Ja, dann hätte ich ihn vielleicht zu einem permanenten Kanal machen sollen. Stahlbarren. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Im Grunde haben wir jetzt wirklich alles, was wir brauchen, um das neue Auto zu bauen. Aber wo wir schon mal hier sind, würde ich sagen, nehmen wir das hier alles noch mal mit. Diese feisten Ratten, die mal runterfallen. Oh, auch kaputt. Äh, ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich hätte doch noch genau... eine Stahl-Axt gehabt. Nicht, dass ich die dringend brauchen würde, aber... ich sag mal, für den Einsatzzweck... genau das Richtige. So, wir waren stehen geblieben beim Gold. Gold brauchen wir auf jeden Fall für die Beschleunigungsspuren nachher. Und dafür... also davon... für diese Spuren reichlich. mal so ein bisschen hier rumbuddeln, lohnt sich immer. Meistens geht die Ader dann nämlich noch irgendwo weiter. nicht zu viel versprochen. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen. muss man direkt schon wieder umschichten. Machen wir das mal so. Kohnen... Irgendwo ist da ein Wasserfall. Es ist ziemlich laut. also das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. ein doch etwas größeres Gold-Vorkommen. dann geht das hier sogar noch weiter. Da war wohl Ende. Da war wohl Ende. wo sind wir denn jetzt hier rausgefallen? Wo sind wir denn jetzt hier rausgefallen? Da oben. Dann nehme ich wieder zurück. Denn... die Kiste hier, die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wenn ich sie denn jetzt wieder finde. Das geht auch flott. So, hier hatten wir doch genau... genau hier hatten wir rumgebuddelt. Dieses exorbitante Kupfervorkommen. Aua! Nicht mehr viele Fackeln. Aber mit ein bisschen Glück brauchen wir auch gar nicht mehr so viele. Geht da noch weiter, ne? Da soll es jetzt mal egal sein. Wie gesagt, wo bin ich denn hier gerade runtergefallen? Auf jeden Fall war da noch... Da ist die Kiste. Und da ist noch Gold. Genau. Ach Gottchen. Goldader erwischt. Mutters Tod. Sie ist an der Wurst verendet. So ist es. Kommst du nachher ins TS? Ja, komm ich. Ich habe ja Zeit heute. Ah, das... Ne? 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 Ich klinge wie Andre Teilzeit. Bin ich aber nicht. Bin ich aber nicht. Ich glaube, ich werde mir einen Künstlernamen geben. In... Milka Tender oder so. Frau Grotzi. Ja? Wer ist Elliot Tender? Ich bin Milka und er ist Elliot Tender. So. Surprise, surprise. Was ist die Dickieste? Schienen. 31. Brecheisen. Taumium-Axt. Koks. Ah, herrlich. Herrlich. Nur vom Feinsten. Alles, was wir brauchen. Alles, was ihr braucht, bekommt ihr hier. Anderthalb-Stacks Gold haben wir schon. Das ist außerordentlich erfreulich. Und die Schienen sind jetzt auch voll. Also, nicht nur den Stack, den wir hier bei uns führen, sondern auch für die Quest, sagen wir mal. Da müssen wir gleich noch zurückgehen. Das Gold einsammeln. Beziehungsweise. Das heißt so. Oh. Was sehe ich denn da? Diamanten. Zumindest einen. Das ist überall Gold. Ist schon ein bisschen, hm. Da, wo wir sitzen, kaum Ressourcen, die wir brauchen. Und die Ressourcen, die wir brauchen, sind... Überall in den anderen Löchern. Äh, das hört sich auch falsch an. Überall in den anderen Schluchten. Das müssen wir gleich nur hier wieder rausfinden, aus dem Puff. Ne? Na, schon wieder kein Platz mehr. Ne, den Flug kriegen brauchen wir noch. Wie kriegen wir das denn jetzt hier angestellt? Wie kriegen wir das denn jetzt hier angestellt? Versuch, mach klug. Verleben. Lassen wir das einfach mal so weiter... ...flown. Dann krallen wir uns hier noch das Gold und dann... Na. Oh. Oh. Oh, Ratte. Take the money and run. Ja, 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 ja. Das ist ja überall. Ja, 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 ja. David hackt. Fieses Vieh. Dann graben wir uns hier einfach durch die Wand. Boah. Sag mal richtig viel Gold hier. Hier war auch noch was in der Wand. Wie gesagt, Gold, wir werden es noch reichlich brauchen. Oh, 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 oh. Da höre ich doch Lava geblubber. Na. Zack. Weg ist es. Man könnte auch sagen, er ist ein... Depressionen, selbstfindung ist so falsch. Ja, als schon wenn ein Arbeitskollege an seinen komischen Frauenvideos da ankommt. Frauen, ja, so ist das heutzutage. Da machst du nix. So ist das heutzutage. Ja, beruhig dich mal, mein Gott, so ein bisschen leichte Brandblasen jetzt. Das war eine schädige Scheiße. Das ist doch rumsch. Haben wir den Diamanten verloren, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube das nicht. Soviel zu den Diamanten. Es hätten zwei schöne Diamanten werden können, sind es aber nicht. Dann müssen wir uns halt an das Gold halten, ja, irgendwo. Gehen das doch hier unten noch weiter, genau, ich wollte auch sagen. Da geht's noch weiter. Aber so richtig. Mal gucken, hier mal eben ein bisschen umschichten wieder. Wir werden wohl mal den anderen Rucksack nehmen müssen. So, munter drauf losgehackt. Übertrieben, ey. Übertrieben. Übertrieben ist ein Spruch aus einem deutschen Film. Chick kann ich auch nur empfehlen. Das ist genau das Richtige für einen lauschigen Sonntagnachmittag. Da kann man sich den Film mal angucken. Das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte. Äh, eine Geschichte über das Erwachsenwerden für die, die der englischen Sprache nicht mächtig sein sollten. Sehr schick, sehr nett erzählt. Macht, tut keinem weh. Bisschen lustig. Bisschen nachdenklich. Alles, was man so braucht. Sagt, hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Schön wäre es aber trotzdem, wenn wir hier noch die eine oder andere Kiste auftun könnten. Keine Fackeln mehr. Aber, ich glaube, das Problem können wir lösen. Nämlich Kohle. Macht Kohle. Und das ist nämlich ganz einfach. Warten wir das hier mal eben kurz weg. Machen wir das mal so. Nämlich ein paar Stücke. Schon haben wir das Problem gelöst. Ich würde sonst ja auch eh nur Stücke daraus, äh Stücke, Fackeln daraus machen aus der Kohle. Energie beziehen wir ja inzwischen aus der Sonne. Achso. Hallo. Richtig langer Tunnel hier noch. Aber keine Kiste. Okay. Ja, bezüglich dieses Thema, ich will das jetzt auch nicht so weiter vertiefen, aber es gab da wohl einen sehr schönen Beitrag eines Evolutionsbiologen. Dazu kann ich den Weltraumaffen-Podcast empfehlen, der gestern lief. Mal gucken, ob da nicht doch noch mehr, ich wusste es, nicht noch mehr Gold vorhanden ist, als es den Anschein hat. Da ist zwar noch Blech in der Wand, hat aber jetzt erstmal, oh scheiße, keine Priorität. Ähm, ich zieh raus hier. Jujujujui. Redstone, sehr schön. Auch eine Sache, die wir viel zu wenig eigentlich haben. Ich meine, ich hatte mir da ja noch diversen Redstone reproduziert. Aua. Diese kleinen feisten Spinnen. An habe ich das auch nur noch began. Bis zum nächsten Mal. Ich kenne die Redstone richtig, super. Europal und Putzel. Aber jetzt ist es dann schon mal gewinran. Jetzt kann ich dieu- Bei mir da ist es auch schon gut Da bleibst du dran. Da hinten ist auch noch Gold. Jetzt müssten wir quasi einmal rumgerannt sein hier, um den Pudding. Da können wir her. So, da war Redstone, genau. Das ist auf jeden Fall ratsam, nicht unbedingt direkt unter sich zu buddeln. Das sollte man definitiv vermeiden. Nehmt nämlich sonst meistens kein gutes Ende. Da unten das Gold. Das interessiert mich ja auch noch. Da oben ist auch noch Gold im Berg. Ei, 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 ei. Kein Platz mehr. Dö, 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 dö. Zwei Smaragden. Sehr schön. Die sind wirklich extrem selten. Na, ich sehe hier gar nichts. So, so, die Weltraumaffen hast du gesehen. Ja, wie gesagt, dann sollte es ja den Bericht von diesem Evolutionsbiologen gesehen haben. Auch im Übrigen, äh, dass sich 20% der Studenten an den Universitäten in Amerika, äh, nicht darüber im Klaren sind, was sie denn sind. Und was meine These da weiter stützt, dass die Leute heutzutage so Baller gemacht werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie sind. Ob Männchen oder Weibchen. Früher hat man drüber gelacht. Heute gibt es kein ernsteres Thema. Ja, jetzt hier noch mal gucken, was wir noch einsammeln können. Allzu viel Platz dürften wir ja nicht mehr haben. Da geht es noch wieder richtig weiter runter. Würde ich jetzt aber gerne auslassen. Was ganz schön wäre, wäre vielleicht noch eine Kiste irgendwo abzugreifen. Oh, Tageslicht. Wie schön das doch mit dem Flugring geht. Mal ein bisschen hier. Da ist noch Eisen. So, eh allgemein recht selten. Verstehe ich zwar auch nicht. Aber sei es drum. Kann man jetzt natürlich extrem gut den ganzen Bernstein aus dem Berg kloppen. Und wie ich sehe, ist unser Rucksack auch leer. Das sind gute 700 Meter weg. Ja, tatsächlich. Unser Rucksack ist leer. Die Unterwäsche. Ja. Mache ich ja auch. Ich fühle mich heute aber ausnahmsweise und auch mal länger so als Toyota Pickup Truck. Wir waren irgendwo bei 3.700. 3.700. Das kommt mir auch so vor, als wenn irgendwie ich quasi in die falsche Richtung buddeln würde mit meinem Tunnel. Aber das hatte ich ja auch bereits ausgemessen. Das müsste eigentlich stimmen. Und schon wieder ist es Nacht. Müsst noch mal gucken, inwieweit diese Ebene sich hier erstreckt. Oh, guck mal. Da unten ist meine Quarry. Ich kann sie von hier aus sehen. Wie weit diese Ebene sich erstreckt. Ich meine, außenrum natürlich die Berge da. Hier ist noch das Wäldchen. Aber für ein zukünftiges Projekt etwas größeren Ausmaßes. Ach. Achso. Ja, ja, ja. Äh. Hatte ich überlegt, vielleicht den Platz hier zu nutzen. Aber das wird sich dann bei Gelegenheit zeigen. So. Äh. Du kommst mit. So. Ich könnte ja eigentlich... Warte mal. Hundi. Wo ist er denn? Ach. Sind nicht die intelligentesten Wäldchen. So. Äh. Das tauschen wir damit mal aus. Dann können wir hier oben nämlich noch ein bisschen dicht machen. Oh, hier. Äh. Unsere Hühnerfarm. Unsere unterirdische Hühnerfarm. Wir haben zwar noch keine Tiere gefangen. Aber das mit dem Eierlegen, das klappt ganz hervorragend. Was jetzt nur noch so ein bisschen fehlt. Für meinen Geschmack. Das wären halt so Kühe und Schweine. Aber davon hat es ja allgemein recht wenig hier in der Gegend. Muss ich ja mal bemängeln. Nicht mal irgendwo anders. Erde doch mit Sicherheit. Äh. Der haben wir gar nicht. Hih. 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 Ich glaube es wäre an der Zeit sich zu verpieseln. weil ich finde sehr gute idee so dachte ich wo wir schon mal hier sind gucken wir mal eben da ist nichts drin überrascht mich jetzt nicht wirklich die hat bestimmt kurzpuppe aufgegessen was kurzpuppe aufgegessen kann ich mir nicht vorstellen wie viel energie energie haben wir denn 2,09 millionen ist immer noch nicht die welt aber es auf jeden fall schon mal eine steigerung gut so und jetzt müssen wir erstmal unseren plören aufladen alles leer alles leer gut dann gucken wir da gleich mal nach erstmal machen wir unseren rucksack ja so dann geht es hier erst mal los mit dem ganzen kladderadatsch den wir nicht brauchen eigentlich welche spinnen augen und dergleichen gold wir hatten eine ganze menge gold wie gesagt da werden wir auch noch einiges von brauchen extraktoren ein messe reiter nehmen wir doch mal direkt raus und schmeißen dafür das gold da rein wer weiß wo der überall durch gelatscht ist also hier glaube ich nicht dass kurzpuppe hier unterwegs ich kann es natürlich nicht unbedingt ausschließen aber für mich hat es den anscheinend als wäre er hier gar nicht unterwegs gewesen ja die schmaragde da haben wir dann drei von wir hatten noch einen flitzenbogen aber wir müssen mal so langsam hier irgendwie die kiste aufräumen beziehungsweise unsere achievement kiste irgendwie anders gestalten es nimmt langsam überhand hier ich hatte auch noch angedacht hinzugehen und hier vielleicht noch eine zweite reihe mit kisten drüber zu bauen würde sich ja quasi anbieten zumindest zwei irgendwie das war da den ganzen bedarf an klumpatsch unterbringen können ein diamanten wo ist eigentlich der hund hatte ich den auf die treppe gesetzt glaube den hund hatte ich auf die treppe gesetzt da soll er auch erstmal sitzen bleiben von mir aus äh so tote ratten das brauchen wir alles gar nicht da ist irgendwo gerade was leer gegangen vielleicht sollten wir uns ins bettchen legen bis dann wieder tag wird so da haben wir neun von das ist sehr gut wir werden acht davon brauchen kiste voll also quest voll sozusagen neun diamanten und neun stacks mit schienen die wir dann nachher noch brauchen werden danke für den auto host dr snone beziehungsweise ist ja kein auto host ein normaler host mein geschlecht ist irgendwer lachs von mir aus bist du ein lachs junge den brauchen wir unsere rettung quasi klumpatsch abladen eisenerz viel ist es ja nicht aber immerhin etwas mit silber stone of the trees monazid da ist noch mehr eisen hier ist auch schon gar kein platz mehr ein dust eisen kupfer kupfer crude oil noch mehr silber smaragde wow wir haben insgesamt schon vier smaragde hier gefunden sollte man nicht für möglich halten aber es gibt sie tatsächlich in freier wildbahn jetzt können wir das hier rausnehmen den stahlblock dafür einsetzen und dann haben wir einen neuen tunnelbohrer wie geil ist das denn diamantblöcksken wir bräuchten noch ein diamantblöcksken koks wo hat man denn das koks irgendwo noch koks wenn ich das richtig habe beziehungsweise ihr könnt zwar erstmal hier mit zur kohle schmeißen machen wir das so beziehungsweise wir brauchen diamanten genau acht stück acht stück dann können wir nämlich den glotz bauen den großen nein wir brauchen neun den großen glotz wobei wir haben ja hier noch einen einen handgepflückten diamanten beziehungsweise der ist aus einer kiste ich weiß schon gar nicht mehr wohin mit dem ganzen werkzeug hier noch mehr schienen oh da ist auch voll inzwischen schmaragde glowstone staub den hatten wir doch sonst auch noch irgendwo anders geparkt meine ich ja sei es drum den ich hatte man ja hier noch kloster und staub da 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 so den redstone können wir auch hier reinpacken das ist elend wenn man so viel klumpatsch auf tasche hat tin tin dann haben wir hier den ganzen plasterstein brauchen wir so viel pflasterstein erstmal nicht würde ich sagen ich weiß nur das alles mal in unseren energie manipulator den kies den werden wir gleich brauchen hier auch die spinnenfäden weg kürbiskerne ich habe bisher noch gar keine kürbisse gepflanzt fällt mir mal so auf hier ist auch gar kein platz mehr vor allen dingen haben wir auch schon richtig viel kies was ist das wort ist marble ja marble werden wir noch einigen brauchen wenn wir denn dann wirklich so weiter vorgehen wie ich mir das vorgestellt hatte das ganze weg silber 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 hat nicht schon weggetan hier also es ist auch voll nur 42 die antwort auf alle fragen mal gehen wir das gold rein zack eisenwaren ich weiß gar nicht ist da noch platz ne platz haben wir da nicht mehr da ist ja noch mehr gold heißer katrin alle da haben wir ja echt richtig abgeschöpft da haben wir mal richtig abgeschöpft silikon hatten wir hier hinten irgendwo noch drin genau wenn es uns mal ein paar schien für gleich so tunnelbohrmaschine die zweite jetzt müssen wir und fertig ist der bohrkopf wir werden brauchen kohle beziehungsweise wir könnten auch gucken koks sollte das dingen auch vertragen es ist kein platz mehr kein platz für gar nichts haben wir jetzt eigentlich alles was wir brauchen ich denke schon der minenkarren der müsste auch noch da unten sein mal hoffen dass das so funktioniert wie ich mir das vorstelle habe mal was getestet das funzt mit bt tv namen 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 kam da denkst du mal wie gesagt wir können ja erst mal das koks da reinsetzen das müsste auch funktionieren hier eine minen cover müssen wir das halt mal so machen hallo cool man ja die schienen die kamen dann hier auf ein so ein cover die sind dann leicht nach unten versetzt soll aber eigentlich erstmal nicht weiter stören der rest ist dann etwas erhöht aber wir müssen noch lampen machen genau dann haben wir hier so einen schönen eisenbahn bahn tunnel ein bisschen hatten wir ja hier noch weiter operiert ich könnte eigentlich auch hingehen und so ich habe ja meinen ganzen quatsch oben noch in der kiste zum aufladen ich bin ja auch vollkommen nackt denn hier mit dem nackten namen rum das geht aber wirklich nicht so das hier Helmchen, der Leppäck, Kröschen, Schülchen. Bin ich mal gespannt, wie sich die Tunnelbohrmaschine jetzt schlägt. Wie ich mein Glück kenne, geht es dann wieder drei Meter weit und dann hält das Ding an, weil die nächste Lava-Schlonze irgendwo im Weg ist. Ich hätte eigentlich noch ein paar Cover mitnehmen sollen, aber egal. Ah, hier. Ja, man hört es auch noch blubbern und da tropft es auch noch. Wie gesagt, wie ich mein Glück kenne, geht es drei Meter weit und dann fällt irgendwo wieder die Schlonze aus. Und, äh, ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Definitiv. Man darf natürlich nicht drüber nachdenken, wie viel Meter das dann noch sind. Zwei Kilometer. Aber auf jeden Fall haben wir dann eine Anbindung an den Rest des Haukenlandes. Und, ja, können wir vielleicht auch mal ein bisschen einfacher Ressourcen hin- und herschieben. Ich mein, könnten wir jetzt auch schon machen. Was ist hier, Silber? Äh... Ja, schade. Ja, ich dachte, es wären Diamanten. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, wenn man auf dem Diamant-Level operiert, dass überall die Lava am Start ist. So, wie hier. Hatte ich das nicht gerade noch erwähnt? Ja, das ist ein bisschen der Nachteil des Haukenlandes. Und, ja, das ist ein bisschen der Nachteil des Haukenlandes. Ach so. Ähm, na, warte mal. Im Grunde viel einfacher. Aber leider nicht so flächendeckend. Was guckt denn da aus dem Berg? Kein Platz mehr. Blöd. Ähm... Ferris. Aber meine Prognose ist mal wieder eingetreten. Ein unerträglicher Wasserfall. Okay. Gut. Dann... Dann... Wir werden jetzt hier erstmal noch ein paar Schienen hinbauen. Und dann setzen wir dieses monströse Gefährt hier hin. Scheiße. Ja, wir haben anderthalb Stacks mit Schienen. Dann haben wir noch den einen oder anderen Ballast. Den Bohrkopf. Und Koks als Treibstoff. Und ab geht er. Äh, gucken wir mal. Haben wir noch irgendwo Kies? Nein, haben wir nicht mehr. Und da hat er auch schon wieder angehalten. Weil hier wahrscheinlich irgendwo... noch Lava ist. Genau. Ähm... Wie machen wir das? Wie ist es? Eine sehr einfache Methode, nicht zu verbrennen. Deswegen, wenn man unter Tage unterwegs ist, immer einen Eimer Wasser dabei. Garnischaden. Also, wir müssen nochmal gucken, ob da vielleicht noch was drunter ist. Aua! Die hört jetzt natürlich auch nicht auf, die Maschine, oder? Wie machen wir das? Wie soll ich helfen beim Tunnel? Später vielleicht. Erstmal so einen gescheiten Anfang finden hier. Ja. 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 Ich frage mich, warum der jetzt nicht weiterbuddelt. Ja. Ja. Jetzt geht es weiter. Hurra. Und hinten fliegt natürlich jetzt der ganze Scheiße raus. Und deswegen ich dann hier direkt auch erstmal so eine Kiste hinbaue. Jetzt müssen wir die ganzen Pflastersteine und anderen Quatsch loswerden. Ja. 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 Und wie gesagt, hinten fliegt dann der ganze Kletterradatsch raus. Ich meine, man konnte auch irgendwie den Waggon hinten dranhängen. Irgendwie war das möglich. Warum es dann trotzdem immer noch daneben fällt, ich habe keine Ahnung. Aber wenigstens funktioniert es schon mal. Schon mal sehr viel wert. Auf meinen Geschmack könnte es... Der Borgkopf geht. Das ist in Ordnung. Wir werden mit Sicherheit noch ein, wenn nicht sogar noch zwei brauchen. Ich muss das ja mal anschauen. Müsste ich mal gucken. Bei Gelegenheit. Ach Gottchen. Nicolait. Noch mehr Nicolait. Ich höre schon wieder Blut. Blubbern. Ich höre es schon wieder Blubbern. Auf jeden Fall läuft das Gerät. Jetzt schon mal etwas. Wir werden damit sicher noch mal hier das alles unten rausreißen und dann gegen Cover ersetzen. Klumpatsch dir echt nur das Inventar voll. Jetzt wieder Stone of Decrease oder so. Jetzt wieder Stone of Decrease oder so. ein bisschen raus. Aber immerhin es läuft. Es ist wirklich eine recht einfache Möglichkeit diese Waggons zum Fahren zu bewegen. einfach mal mit der Brechstange angehen und dann die Schienen bis hin oder bis hier vorne bauen. Und dann können wir nämlich einfach den Waggon nach Hause schicken mehr oder weniger. und dann leer machen. sehr schön. Ich höre doch da schon wieder Geblubber. Das gefällt mir nicht. Invertieren. Oh shit. Ja. Und da hat die Maschine angehalten. Da ist sie auf Wasser gestoßen. Aber Wasser ist bei weitem nicht so schlimm wie Lava. Da ist die jetzt erstmal nur auf Grund gelaufen. Während bei Lava das Ding direkt platzt. Oh. Hallo grüner Mann. Nein. Nimm 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 nimm. Das ist eigentlich fackelt manchmal im Stream wenn ich mir das so recht angucke. Kann das sein? Vielleicht sollte ich da die Qualität auch nochmal höher setzen. Oder entsprechend, wie Dr. Snowden auch schon sagte, mal hingehen und den Stream nur in 720p laufen lassen. Das sollte eigentlich auch nicht wirklich weiter auffallen. Schön ist allerdings, dass hier endlich mal der Rasen zuwächst. Wir haben ja auch genug Knochen, dass wir hier dann mal hohes Gras und Blümchen wachsen lassen können. Gut, was können wir denn... Fast kein Platz mehr. Fast kein Platz mehr. Noch mehr Klümpatsch. Nee, eigentlich nicht. Dann... Kjolt. Noch Tin. Kein Platz mehr für Kupfer. Auch nichts mehr für Silber. Faszinierend. Nicola ist auch... Unfassbar. Wir werden dann noch einen Püfferkennen, eine Pufferschiene bauen müssen. Auf jeden Fall, wenn wir den vollgepackten Kistenwaggon da hinschicken, dass der da mal da schön anhält. Am besten wäre natürlich auch noch eine Entleerung. Da müssten wir nochmal gucken. Da gibt es auch was in der Richtung. Exakt leer. Ja, haben wir hier schon fast ein Inventar. Unfassbar, brauchen wir alles gar nicht. So eine Taumium-Hung. Achso, ja, ich habe hier noch die 8 Bernstein. Da haben wir noch nicht mal die Hälfte von dem, was wir eigentlich haben wollen. Hüren gerne, aber was soll's. Da kommen wir dann mit Sicherheit jetzt in den kommenden Tagen noch zu. Ja, Maschine läuft. Die Tunnelbohrmaschine.